hallo freunde von meiner whisky haben wir noch sein whisky furium 5 minutes patient des heutigen abends wie schon in einer der vorigen wochen versprochen mal was er sich an das video kommen wird lenker die whisky's von der glänkeren distillerie gehe ich jetzt an und ich habe hier eben halt so ein schön testing set wo ich mir schon mal was in mein glas einlaufen lassen und heute abend soll es der 10er für euch sein ich euch vorstelle freut nicht soll ich dazu sagen die glänkeren distillerie ist eine distillerie die liegt in den highlands und wenn man sich schottland vorstellt dann ist das in der nähe von montrose sagt dem ein oder anderen vielleicht jetzt nicht so was aber eigentlich so gibt eben halt hier st andrews dann ist da glaube ich irgendwo dann die und dann macht das noch mal so ein zipfel und die küste geht dann hoch bis eberdin und so irgendwie auf der hälfte meine ich irgendwo da ist dann eben halt im osten die distillerie glänkeren keine space distillerie wird man dem ein oder anderen vielleicht mal zuordnen das ist zu tief zählt zu den highlands ich habe die in der vergangenheit eben halt auch schon gehabt leider habe ich die distillerie noch nicht besuchen können weil entweder bin ich in der space gewesen oder da ticken tiefer eben halt ja noch in den lowlands bei kings barnes spricht in dem bereich st andrews und ich sag mal die bereise oder das bereisen von schottland in dem zipfel eben halt da bin ich leider noch nicht hingekommen steht aber eigentlich immer noch auf meinem zettel dass ich da noch mal hin möchte ganz meine frau wird sagen du willst nur die distillerie ich möchte auch den anderen strich da eben halt der küste noch so ein bisschen näher und das auge nehmen gerade auch eberdin ist ein ticken höher da war ich auch noch nicht so glänker denn ihr habt schon den ein oder anderen letztens davor gestellt bekommen das war ein cherry fast gefinishter whisky und der grund warum ich glänker dem so toll finde ist das ist auch ein richtig toller fast gereifter whisky ist die sind mit aromen von birne apfelnoten frisch fruchtig ein bisschen auch kräuterich wo ich sagte merkt man auch ein bisschen distillerie charakter flinke ich durch das ist so mein eindruck nicht nur fasseinfluss und von daher ist auch ein grund von mir natürlich die distillerie gerne besuchen würde um vielleicht da so ein bisschen näher vor ort vielleicht mal ein probchen irgendwo von dem news spirit letztendlich da probieren zu können um dann noch einen besseren eindruck zu haben so jetzt sind wir heute abend bei dem glänker dem 10 für euch auch immer so ein sag mal so so zeitmarker ja und mein tasting da kommen wir eigentlich mit fünf minuten immerhin die einen oder anderen die sich nur für das tasting interessieren und nicht auch mal dummes gefasel da wird dann der zeitmarker auch letztendlich darauf gesetzt sein dass er sich eigentlich nur die whisky verkostung angucken können ist mir manchmal auch nur danach wenn er da interesse hat was bei uns im laden gibt was haben wir da so und nur die whisky verkostung sehen wollt dann springt einfach unten in den bereich rein und dann seid ihr eben halt bei der verkostung da fangen wir jetzt an verkostung glänker dem 10 ich gehe gleich mal mit meiner nase dran und hoffe dass mich das auch erwartet was ich letztendlich in so in erinnerung habe ja das sind wirklich so diese frischen apfel aber auch birnen noten nicht nur so ein reiner apfel das ist so ein bisschen nicht so ein harter schon so ein bisschen bisschen weichere bierner und der mancher apfel sage ich jetzt mal so der ein bisschen schon der nicht mehlig wird der aber auch so eine gewisse frucht tiefe hat wenn wir hier bei uns eben halt zu den apfelbauern rausgehen da gibt es die vielen verschiedenen sorten da könnte ich jetzt mich dann aufhängen ja wenn wir ende august haben und ihr das vielleicht seht das video dann ist die zeit wieder so dass in richtung september geht apfel ernte hier bei uns draußen da müssen wir mal parallel ziehen gehen das ist so für mich sondern erst recht mache aber schön jemand an die auch hier ist wieder dieser turnover wo wirklich speicherlos angeregt wird schleim heute werden trocken und dann geht es um zu dieser cremigkeit mutterig keksige noten ich sag jetzt mal so schrottbrett geschichten bisschen wirklich mehr ins zuckrige gesüßte teichwaren der ein oder andere habe ich jetzt schon gesagt gibt tolle eben halt italienische kekse kaffeekekse letztendlich so die so ein bisschen weicher sind müssen wir eigentlich schrottischen raum gehen nämlich sofort daran mit der nase wieder so eine schöne frische note da ist nicht im mund trocken das ist das weil ich von dem whisky auch kenne der zieht trotz 46 volumen prozent nicht kühlfiltriert der etwas greift da ist jetzt eben halt dass der stelle heller einem schon schon im mund leer sage ich jetzt mal was dass man lust hat auch wieder dran zu gehen also dann ist vielleicht ein bisschen gefährlich aber den whisky hier man hat das bedürfnis noch mal nachzulegen oder man geht hin und immer schluckwasser so und da war eben halt jetzt hier auch das ein oder andere haben ich habe jetzt hier auch so ein paar neue glas pipetten träufel ich auch noch mal das eine andere tröpfchen wasser hier mal gucken was das kann und damit vielleicht so viel haben nämlich ist immer noch da diese frische frischen fruchtigen noten letztendlich so von diesen hellen obst letztendlich könnte jetzt aber meinen dass auch so ein bisschen mehr so eine vanillenote vanille zitrus note die man immer noch von von dem einen oder anderen kekse kennt mehr durchkommt der schreit nach probieren jetzt mit wasser war nur drei tropfen ich da reingeben ist ein bisschen milder es wird nicht ganz so trocken im mund aber schöne zu sagen er schon das sind so butterige kekse und da bin ich wieder beim shortbread ich mag ich denke die große flasche die werde ich wahrscheinlich planen für das open bottle evening da habe ich spaß dran den als einsteiger letztendlich zu nehmen wahrscheinlich schlichten single malt letztendlich aus den highlands und kann dem ein oder anderen schon wieder zu viel sein wenn wir mit 46 prozent starten aber da müssen diejenigen dann durch und wer vorher spaß hat kommt den laden ihr seht kleine semper bülle können es offen könnte dann probieren ich sag dann bis zu einem oder anderen wochenende slonzi